Ja, ein herzliches Willkommen von What's on my iPhone 2017 Und ich muss an der Stelle mal sagen, ich bin ja ein alter Hase im YouTube-Geschäft Wir sind so lange dabei, wir sind seit Bestehen von YouTube Deutschland mit am Start Ihr könnt selber mal auf dem Kanal, auf das Erstellungsdatum gucken Wir sind echt mega lange dabei, von der Anfangszeit, immer mal wieder mit ein paar Aussetzern Aber wir sind immer noch am Start der TheChrisLive-Kanal Und immer mal wieder, so im Schnitt alle zwei Jahre, kommt das What's on my iPhone-Video Wo wir uns einfach Zeit nehmen, alle Apps durchzunehmen Ja, durchzunehmen war es in der Seite des Wortes Und einfach mal zu schauen, was gibt es so für Apps oder was sind so in den aktuellen Jahren, Monaten Die Apps, die Spaß machen und die Sinn machen vor allem auf dem iPhone Und die schauen wir uns heute an Ich möchte ganz kurz, bevor wir beginnen, nochmal ganz liebe Grüße an Matze richten Der damals seines Zeichens mit YouTube angefangen hat Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass er es so weit schafft Also meinen großen Respekt, er hat jetzt glaube ich über 3000 Abonnenten Liebe Grüße Matze an dich Der ist ja auch auf meinem Kanal immer verlinkt direkt Ich weiß gar nicht, ob ich bei ihm auch noch verlinkt bin Liebe Grüße an Matze an der Stelle Ich habe mir auch einige Live-Videos angeguckt Wo er auch nochmal durch diese Live-Apps sich nochmal ein paar Abonnenten gekrallt hat Ganz schöne Sache, gerade im Gameplay macht das ja auch Sinn Live-Videos zu machen Matze an der Stelle, ich will nicht so viele Worte verlieren Aber lieben Gruß und meine Gratulation zu über 3000 Abonnenten auf YouTube Das muss man erstmal schaffen Das habe ich in den Jahren knapp bis 5000 geschafft Hat aber auch was damit zu tun, dass ich beruflich immer mal wieder in anderen Sektoren unterwegs war Und mich nicht hauptsächlich, so wie viele andere, mit dem YouTube-Geschäft beschäftigen konnte Bei mir ist das mehr so ein Hobby und ich hoffe, es macht euch Spaß Und heute kommt ja mal wieder ein What's on my iPhone-Video Wir wollen beginnen Auf der Startseite haben wir die Nachrichten Ja, da passiert in der heutigen Zeit nicht mehr viel Da kriege ich mal von Lieferdiensten irgendwie eine Bestätigung, dass mein Essen bestellt ist Und die Uhrzeit angezeigt Fürs Überweisen von irgendwelchen Sparkassen oder Banken, die ich da habe Kommt da die Bestätigungstanz Aber ansonsten benutzt man das tatsächlich sehr, sehr wenig Den Kalender, da habe ich ab und zu mal wichtige Termine Oder wenn mir irgendjemand einen Termin per Mail schickt Dann wird er da integriert, aber ansonsten bin ich da auch nicht wirklich so Ja, mit drin Ich habe jetzt einen neuen Mobilfunk-Anbieter Weil mir irgendwie wichtig war, warum auch immer Ich bin ein Knallkopf, was sowas betrifft Mir war wichtig, dass ich keine Datenvolumensbegrenzung habe Und habe jetzt einen Anbieter, der nicht das beste Netz hat Aber ich bin halt nie gedrosselt Ich habe immer einen Mbit Viele von euch kennen den Anbieter, können ja mal in die Kommentare schreiben Dadurch hat sich ein bisschen was geändert bei mir hier War jahrelang Telekom-Kunde, jetzt aktuelle Mobilfunk-Bereich zumindest nicht mehr Und muss mir das jetzt mal angucken Also auf jeden Fall was anderes als Telekom Also das merkt man direkt von der Netzabdeckung her Ja, dann habe ich hier Fotos Das ist ganz normal Da sind alle Fotos gelistet Aha, da sieht man Nee, es ist Maria Gottes Willen macht das zu Oh Gott Oh Jesus Christus Dann haben wir ganz normal die Karten-App Die brauche ich auch eigentlich immer Weil ich so einen Orientierungssinn habe, dass es knallt Bin ich mal in einer anderen Stadt unterwegs Oder wie auch immer Dann nutze ich die App, um mich zu verschiedenen Standorten zu navigieren Dann die Twitter-App Die ist auch fantastisch Da gucke ich dann immer mal rein Was so gepostet wird Da sind immer aktuelle Tweets zu verschiedenen Leuten, denen ich folge Hier zum Beispiel Nahverkehr Ich bin jemand, wie ihr wisst, der nur sehr, sehr selten selbst fährt Ich lasse gerne mich von A nach B fahren mit Taxi oder dann mit Zügen Hier sehe ich dann immer die Verspätung Das ist ganz schön Das wird hier dann alles immer gepostet Hier sehe ich dann auch meine Leute, denen ich folge Oder auch Werbung da, genau Twitter gucke ich immer mal rein Ich selber twittere kaum was Aber ich schaue mir das immer mal wieder hier an Das ist immer für einen netten Abend Oder wenn man unterwegs ist, liest man sich sowas gerne mal durch Twitter wird von mir quasi nur zur Ansicht genutzt Selber poste ich da eigentlich eher weniger Notizen Da mache ich mir ganz normale Notizen zum Beispiel zu Videoideen Oder anderen Dingen, die mir durch den Kopf gehen Die notiere ich da Ja, App Store ist klar Da habe ich automatische Updates abgestellt Ich mag das immer nicht Manche Apps werden dann irgendwie zum Nachteil Irgendwie geupdatet Funktionieren nicht mehr richtig Deswegen habe ich das hier ausgeschaltet Deswegen seht ihr da eine 56 Das heißt, ich date nur die Apps ab, die ich updaten möchte Standardmäßig ist das ja so eingestellt bei Apple Dass sich alle Apps automatisch aktualisieren In den Einstellungen bin ich immer mal wieder rein Weil ich mir da auch ab und zu Jetzt seht ihr den Anbieter auch mal, den ich habe Weil ich mir ab und zu mal einen Hotspot mache Dass ich da einen schnellen Zugriff drauf habe Also wenn ihr mal ein iPhone seht Seht ihr jetzt das Passwort dazu Auch nicht schlecht, genau Hier sollte ich glaube ich auch mal ein Update machen Da ist eine neue Softwareversion, die zur Verfügung steht Mache ich dann auch irgendwann nochmal Ist es schon runtergeladen? Muss ich nur installieren? Ja, ich muss tatsächlich nur installieren Das müssen wir dann auch mal demnächst machen Online-Manager, das nutze ich jetzt aktuell eher weniger Das läuft jetzt meine Telekom-SIM-Karte für das iPad auch demnächst aus Diese App war für die Zugangsdaten meiner Hotspot-Flat zuständig Die konnte ich da eingeben Und dann konnte ich zig Hotspots Ja, kostenlos Oder inbegriffen im Tarif, so möchte ich sagen Telekom ist ja schon ein Premium-Anbieter Das heißt, er hat sich, wenn ich das W dann angehabt habe Automatisch in alle Möglichen Telekom-Hotspots eingeloggt Brauche ich jetzt nicht Weil jetzt habe ich eh eine Karte, wo ich Zumindest nur noch auf 1 Mbit gedrosselt werde Deswegen wird diese App dann hier auch Wieder verschwinden Spätestens, ich glaube, 10. Juli oder so läuft die Karte aus Dann verschwindet der Online-Manager Ich hatte mit dem aber eine schöne Zeit Ja, der hat also dafür gesorgt Dass ich immer leicht in die Hotspots reingekommen bin Ohne mich jedes Mal da einzulocken Also für die Telekom-Kunden Durchaus eine wichtige App Sparkassen-Plus-App Das ist eine App, da könnt ihr Wie gesagt, verschiedenste Bankinstitute drin auflisten Das Plus sagt aus Ihr könnt nicht nur Sparkassen Sondern auch alle anderen Institute da Ja Reinsetzen Vielleicht mal eine Nachfrage Vielleicht weiß das einer von euch Ich bin jetzt auch bei der Commerzbank mit einem Konto Die lässt sich da irgendwie nicht integrieren Vielleicht weiß einer warum Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen Das hat für mich Ja Mich so ein bisschen gewundert Dass die Commerzbank-App da nicht Integrierbar ist Also die Bankleitzahl kennt die App irgendwie nicht Wenn da jemand eine Idee hat Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen Dataman, muss ich sagen Bin ich ein bisschen enttäuscht Scheint mit meinem neuen Anbieter irgendwie nicht zu funktionieren Weil ich habe jetzt hier einen mobilen Verbrauch Von 4 Gigabyte Tatsächlich verbraucht habe ich aber viel viel mehr Ich kann mal das mal eben aufmachen hier Irgendwie scheint Dataman nicht richtig zu funktionieren Weil hier sehen wir den tatsächlichen Verbrauch Wir haben 1 Gigabyte verbraucht Plus Im Free-Tarif Also das ist das was ich meine ohne Drossel halt 6,66 Gigabyte Also kommt das irgendwie da mit Dataman nicht hin Da weiß ich jetzt nicht Anscheinend scheint die App nicht richtig zu funktionieren Oder ich muss da mal irgendwas einstellen Also momentan funktioniert diese App hier auf jeden Fall nicht Dataman daran hindern das Tethering zu machen Ich schalte das jetzt hier nochmal ein Werd das nochmal im Monat hier unter erweitert einstellen Vielleicht läuft das nur dann bei O2 Wenn auch da jemand was weiß Gerne mal in die Kommentare Dataman hat bei Telekom und Vodafone super funktioniert Funktioniert bei O2 anscheinend irgendwie nicht Ich glaube der WLAN-Durchsatz hier Der könnte stimmen Wobei der auch sehr sehr gering ist Ich mache so viel im WLAN Zu Hause und auch auf Arbeit Beruflich brauche ich das auch immer Für sämtliche WhatsApp-Arbeitsgruppen Also der Datenvolumensverbrauch Den Dataman hier anzeigt Ist eine App, wo ich eigentlich immer sehr sehr gerne reingeguckt habe Ich kann euch das hier auch nochmal zeigen Da kann man nämlich auch die vorigen Monate sich anzeigen lassen Das ist eigentlich eine wunderbare Sache Aber wenn es natürlich nicht richtig funktioniert Dann ist das natürlich nicht so doll Also da müssen wir mal gucken Woran das liegt, dass die App da nicht richtig mitzählt aktuell Werde ich nochmal im nächsten Monat ein bisschen verfolgen Wir haben jetzt ja fast Ende Juni 2017 Das heißt ab Juli werde ich das nochmal kontrollieren Ob das dann wieder passt Wir haben jetzt ja dieses Alternativ-Tethering angeschaltet Hierbei erweitert Vielleicht bringt das ja Ist ja jetzt hier eingeschaltet Wollen wir mal gucken Genau So Dann habe ich hier drauf Netztest Das ist einfach eine App Da kann man immer den Speed Der aktuellen DSL-Geschwindigkeit Oder LTE-Geschwindigkeit Oder was man auch gerade nutzt Messen Das heißt da kann ich jederzeit Einfach einen Speedtest machen Und kann gucken Wie gut mein Anschluss läuft Ja hier irgendwie mit dem Upload Habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten Das scheint jetzt hier wieder um Einiges besser zu laufen Da muss man mal gucken Genau Für ein Ich müsste normalerweise um die 32 haben Ja ich bin aber der schnellste in der Region Also soll ich nicht klagen Ich habe hier immer noch Wie ihr glaube ich aus anderen Videos gesehen habt Den Telekom Hybrid Anschluss Weil hier tatsächlich Im DSL Bereich nur eine 16 RAM Leitung geht Und die funktioniert Die ist unter 6000 Also ohne dieses Telekom Hybrid würde ich hier glaube ich Gar nichts anderes kriegen Da ist auch wieder Datenvolumen Das eine Rolle spielt Also Computerbild Das ist einfach ein Netztest Damit kann man halt checken Wie viel Geschwindigkeit man aktuell hat Mobil oder im WLAN Dann haben wir die YouTube Studio App Da kann ich die Videos Die ich hochgeladen habe Mir anschauen Kann mir anschauen Wie viel Wiedergabezeit Wie viel Aufrufe Die letzten 28 Tage Wie viel Abonnentenzahlen Ich hatte Ja neun sind dazugekommen Ist aber weniger als davor Der geschätzte Umsatz Dann seht ihr hier Was ich hochgeladen habe Ich kann hier an der Seite Auch eure Kommentare beantworten Ja da antworte ich dann auch immer drauf Ja das kann ich dann hier alles beantworten Das ist eine super App Da kann ich mit euch Super in Kontakt bleiben Kann auch Kommentare freigeben Wenn YouTube der Meinung ist Aus irgendwelchen Gründen Sind manche Kommentare Spam Dann kann ich mir die da durchlesen Und eventuell freigeben Genau Box ist auch eine schöne App Das ist nichts anderes als Dropbox Aber Box war damals eine Aktion Da hat man glaube ich Ich meine 50 GB bekommen Da lade ich eigentlich Immer mal wieder was hoch Ihr seht das hier auch Anhand des Datums Videos, Bilder Verschiedene Abrechnungen Alles mögliche Findet dort einen Platz Und müllt dann sozusagen Nicht mein iPhone voll Genau Dann haben wir Wetter.com Finde ich einfach nochmal ein bisschen schöner Als die normale Wetter App Da kann man sich dann auch immer Das aktuelle Wetter anschauen Regenwahrscheinlichkeiten Hat dann hier normalerweise auch nochmal Hinweise auf Gewitter In wenigen Minuten oder Stunden Oder was auch immer Die Wetter.com App Ist eine schöne Sache auf jeden Fall Ja Dann habe ich Die YouTube App Natürlich Da gucke ich mir Verschiedenste YouTube Videos an Ich schaue mir fast nur noch Mobil Auf mobilen Endgeräten YouTube Videos an Wie viele von euch Ja Auf iPad oder iPhone Da schaue ich mir meine Videos an Die mich interessieren Auf YouTube Und ja Die Paypal App Da kann ich mir angucken Ähm Was ich mit Paypal bezahlt habe Was ich mit Paypal geschickt bekommen habe Zum Beispiel Wenn das mal so sein sollte Die App Dient bei mir eigentlich Nur Ähm Ja Zur Überprüfung quasi Also Da gucke ich mir Im Prinzip nur an Was ich damit bezahlt habe Ob das alles korrekt ist Ne Wenn mal wieder ein Lieferant Eine Essensbestellung storniert Weil er keine Lust mehr hat Dann gucke ich Ob ich das Geld da zurückkriege Etc PP Dann habe ich die Instagram App Ja gut Die nutze ich jetzt nicht so furchtbar viel Da lade ich immer mal wieder was hoch Aber Ja Ist eine schöne Sache Aber nutze ich jetzt nicht so extrem viel Ne Also Instagram Ab und zu Aber auch nicht wirklich aktiv Ne Immer mal wieder ein Bild Facebook Auch weniger geworden Ganz stark Ähm DB Navigator Das nutze ich durchaus Häufiger Ähm Weil ich zum Beispiel einer bin Der Kaum selber fährt Und eher Ähm Ja Ähm Mit Zügen durch die Gegend fährt Gerade wenn ich weitere Strecken habe Nach München fahre Oder wie auch immer Dann setze ich mich in ICE Oder wenn ich hier kurze Verbindung habe Kann ich hier kontrollieren Ob meine Leistungen Die ich in Anspruch nehmen will Verspätung haben oder nicht Das sehe ich dann da Und kann mich dementsprechend gut orientieren Da kann man zum Beispiel auch Einen Weckruf einstellen Dass man für Wenn man jeden Tag zum Beispiel Die gleichen Verbindungen nutzt Ja Dass man da eine Benachrichtigung kriegt Das ist eine wunderbare Sache Dann kriege ich morgens einen Push Achtung Dein Zug hat 25 Minuten Verspätung Dann weiß ich alles gleich Gehe ungefähr eine Viertelstunde Später los Dann muss ich da nicht so lange stehen Also auch der DB Navigator Hat sich immer wieder weiterentwickelt Und hat auch immer einen Platz Auf meinem iPhone Auch im Jahr 2017 noch WhatsApp brauche ich nichts zu sagen Das ist eine App Die nutzen wir alle Das ist nicht mehr wegzudenken Sogar beruflich habe ich da WhatsApp Gruppen Wo ich verschiedene Zwischenstände melden muss Etc Dann habe ich die FaceTime Ja Die FaceTime App Damit mache ich Videotelefonie Das mache ich auch relativ häufig Mit Freunden Und Ja Ist eine super Sache Ansonsten habe ich hier Podcast iTunes Rechner Das nutze ich eher weniger So wie hier in Extras Da gehört das eigentlich rein iPhone suchen Eventuell mal um zu gucken Wo meine Endgeräte sind Ja Kennen wir alle Falls mir was gestohlen wird Kann man sich das da angucken Abrufen Sperren Etc Dann habe ich hier Noch einen Speedtest Den ich eigentlich So gut wie nicht nutze Manchmal als Gegenwert Zu dem Computerbildtest Lass ich da nochmal messen Das tut sich ja meistens Sehr sehr wenig DB Streckenagent Der Meldet Genauso wie der DB Navigator Ähm Ja Ja Der meldet halt Ne Andersrum Das ist eine Erweiterung Vom DB Navigator Diese App DB Streckenagent Die Schickt mir die Push Benachrichtung Wenn es Probleme Auf meine Verbindung geht So rum Das macht der DB Navigator Nicht Das macht der Streckenagent Der ist sehr sehr gut Das ist eine Erweiterung Von der DB Den DB Streckenagent Gerade für Leute Die jeden Tag Die gleiche Verbindung nutzen Ist das eine wunderbare Sache Sollte man auf jeden Fall haben App Jobber Ist eine App Da kannst du Ähm In deiner Region Ein bisschen Taschengeld verdienen Das habe ich mal ausprobiert Fand ich eine ganz lustige Idee Da kriegst du zum Beispiel So Aufgaben Gehe in einen Supermarkt Und fotografiere ab Wo Produkte der Firma So und so Platziert sind Inwiefern das gut Oder schlecht Platziert ist Und dann kriegst du dafür Eine Vergütung Da sind die sogar Gar nicht schlecht Da kriegst du teilweise Bis zu 16 Euro Für einen Auftrag Die sagen sie dann Aber auch schon ganz genau Wie du die Bilder Machen musst Und alles Also App Jobber Ist so für Jugendliche Auf jeden Fall eine schöne Sache Da kann man ein bisschen Taschengeld machen Äh Browser Ist eine fantastische App Ähm Da kann man Ähm Nämlich simulieren Dass man mit seinem Also das Ja Diese App simuliert quasi Der Website Die ihr besucht Dass ihr ein Computer seid Und zeigt euch die Desktop Ansicht Was ihr zum Beispiel Die Sparkasse oder so Unterbinden will Damit man Ähm Zum Beispiel SMS Tarn Nicht auf einem Gerät machen kann Mit der App Könnt ihr das machen Ich weiß gar nicht Ob ich für Browser Überhaupt Geld bezahlt habe Ich glaube nicht Die App ist genial Und die nutze ich Verdammt viel Gerade für Überweisungen Und sowas Eine super 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 App Ich kann die mal öffnen Genau Und dann kann man da Einfach Äh Verschiedenste Dinge machen Ich glaube die haben wir auch schon Für LaVoo genau Für die LaVoo Geschichten Genommen Da kann man nämlich auch Als Desktop Variante Sich da simulieren lassen Und dann mehr Chat Anfragen schicken Das Video dazu Verlinke ich euch auch nochmal oben Da kommt jetzt ein i Da könnt ihr draufklicken Mit dieser App Könnt ihr euch zum Beispiel Weitere Chat Anfragen Erhaschen Also Browser Auch eine gute App Kaufland Da gucke ich immer mal rein Was Angebote oder so betrifft Weil das bei mir hier in der Region ist Capture Ist eine App Die YouTube aktuell glaube ich Gar nicht mehr supportet Da kommen keine Updates mehr Die funktioniert auch nicht mehr richtig Die wird irgendwann runterfliegen Mein Vodafone Ich hatte Vodafone war da jetzt Oder hab auch immer noch Vodafone Weil der Vertrag noch ziemlich neu ist Aber wie ich erzählt hab Ich wollte Für mich einfach Eine SIM-Karte haben Die keine Datenvolumenbegrenzung mehr hat In dem Sinne Deswegen die App ist da auch nur noch drauf Weil Vodafone SIM-Karte drin ist Bus-Liniensuche nutze ich eher weniger Das ist Wenn man Städte reisen macht Kann man da die Preise vergleichen Scanner Pro ist sowas wie ein Scanner Also ihr fotografiert quasi was ab Und der schneidet die Seiten zusammen Oder erkennt das A4 Hier bleibt auch eine schöne Sache Mail.de ist einfach eine Erweiterung Für andere E-Mail-Adressen Die ich nutze Dass ich das nicht hier unten noch mit hab Da hab ich nämlich schon genug Dass ich eine andere App einfach abrufen kann Genau Bumerang ist eine Erweiterung zu Instagram Da kann man sozusagen Wie das Wort Bumerang schon sagt Da wiederholt sich eine bestimmte Frequenz immer Und dann kann man das hochladen App Store Da kann man Sachen für Apple-Produkte kaufen Und ich glaub auch Termine für Ähm Reparaturen in Apple Stores machen Genau Call a Bike Äh nutze ich auch immer mal wieder Das ist wenn ich innerhalb der Stadt Bei heißen Tagen mal Ähm fix von A nach B kommen will Dann kann ich mir da ein Fahrrad mieten Genau Äh diese App Ist eigentlich eine schöne Sache Da gibt es auch ein, zwei Videos auf meinem Kanal Call a Bike Umweltfreundliches Fortbewegungsmittel Genau Äh Barco ist eine App Da kann ich ähm Ja Produkte einfach mit scannen Kann ich euch mal zeigen Ob das jetzt So funktioniert Wie ich mir das vorstelle Das weiß ich natürlich nicht Aber ich kann das mal probieren hier Müsst ihr jetzt hier scannen können Genau Und dann sehen wir das Produkt Was ich gescannt hab Das sind Pringles Genau Dann wird euch einfach angezeigt Ähm Informationen zu dem Produkt Fettgehalt Egal was Also Ihr könnt auch normale Sachen scannen Und dann zeigt ihr euch den Online-Preis ein Bei Bei Technischen Geräten Ja Sei es Fernseher oder so Zeigt ihr euch an Was ihr online dafür bezahlt Ist dann praktisch für den Vergleich Bei Media Markt Oder Co Ja das ist Barco Benutze ich auch wenig Fototan Für Commerzbank Das ist Damit ich da Überweisung Äh Machen kann Momondo Hab ich mal benutzt Mir was zugeschickt Hab das online eingetragen Was mein Geschmack ist War total falsch Die App benutze ich dementsprechend Auch gar nicht mehr Hab ich gar nicht Mehr Einmal zurückgeschickt Die Sachen Dann war das erledigt Wallet Ja Eher weniger Nutze ich nicht so Subcard Ist ganz lustig Das ist wenn ich bei Subway bin Dann Kann ich Ja Mir mit der App Sozusagen Punkte Errechnen Und bekomme dann Gratis Subs Für meine Besuche Bei Subway Wenn ich mal bei Subway bin Dann mache ich das Jetzt wäre es zum Beispiel Ein Grund zu Subway zu gehen Ich habe 500 Punkte Ja Und Ja Dann kriegt man Gratis Sub Wenn man da halt Ja Zwischenzeitig mal isst Und Punkte sammelt Dann kriegt man immer mal Ein Gratis Getränk Oder ein Gratis Sub Ja Hier ist noch eine Scanner App Da könnt ihr A4 Seiten abfotografieren Und der Text wird in Textform Euch angezeigt So dass ihr den Text Kopieren könnt Also auch genial Der erkennt den Text Und ihr könnt den Text quasi Direkt rauskopieren Bearbeiten Und weiterschicken Und wie auch immer Video Player Die App nutze ich tatsächlich Auch immer mal wieder Damit könnt ihr auf YouTube Auf Facebook Auf Allen Seiten im Prinzip Videos runterladen Und direkt in der App abspeichern Und diese App Video Player Bei der habt ihr auch die Möglichkeit Die Videos direkt In den Ordner Bilder abzuschicken Äh abzuspeichern Und könnt ihr so auch Per WhatsApp Etc Weiterschicken Dann habe ich hier Ähm Verschiedenste Apps Top Apps Das brauche ich jetzt auch nicht mehr Das ist für Telekom Kunden Da gibt es dann Bestimmte Apps Kostenlos Oder Aktionen Ähm Als Telekom Kunde Kriegt man da Vorzüge Das habe ich ab und zu Mal genutzt Ja We Fashion Das ist auch ein Bonusprogramm Von der Handelsmarke We Oder Oder Modemarke We An den Geschäften Wie man auch sagen will Da sind dann immer mal wieder Aktionen drin Irgendwie 20% Auf T-Shirts Oder Die zweite Hose 50% Oder weiß der Geier Ich kaufe halt gerne bei Wii Deswegen nutze ich die App IntroMate Das ist so eine App Da kann ich mal schnell Unterwegs Intros erstellen Sogar in 4K Qualität Die App hat auch mal Geld gekostet Ich glaube 2,99 oder so Genau wie der Intro Designer Das sind so Apps Womit ich Intros Wenn ich mal schnell ein Video Hochladen will Äh Auf dem iPhone erstelle Ähm Ja Ansonsten Consos Bank Hat sich auch erledigt Die Bank habe ich verlassen Deswegen bin ich jetzt Bei der Commerz Bank Die haben ihre AGBs Zu meinem Nachteil verändert Und dann habe ich das Konto Da geschlossen Ähm Hier ist ein Programm Damit kann ich mein Herzpuls messen Und ja Kann mir das angucken Da muss man einfach den Finger Vor die Linse halten Dann kann man den Herzpuls Damit messen Habe ich lange nicht benutzt Ja Weiß ich nicht Ob ich die Noch so viel nutze Mein Fernbus Da wie gesagt Kann man Fernbus Fernbusse mieten Oder Was heißt mieten Sich Fahrten buchen Ja Ähm Nutze ich sehr sehr wenig Ähm Dann ist hier nochmal Wetter von Apple Die The Chris Live App Ist hier drauf Da kann man sich Äh Wenn man die noch nicht hat Sich die runterladen Und kann sich Ähm Benachrichtigen lassen Wenn neue Videos Online gehen Ne Zum Beispiel wie die Information hier Jede Woche ein neues Video Das kann man sich Dann da Als Information Quasi absnacken Ähm Genau Das ist die Chris Live App Die kann man sich Im App Store runterladen Ich glaube bei Apple Und Auch bei Android Glaube ich Genau Hotspot Finder Das ist eine App von Vodafone Kabel Deutschland Da kann man Hotspots von Kabel Deutschland Finden Das ist eine schöne Sache Habe ich damals auch genutzt Weil ich auch in dem Unternehmen Arbeite Habe ich da einen Zugang zu Und kann da Hotspots nutzen Das sind extrem viele Die fallen euch vielleicht auch auf Vielleicht kennt der ein oder andere Die Die sind immer gekennzeichnet Als Vodafone Hotspot Oder Vodafone Homespot Ja Und wenn man da Homespot Teilnehmer ist Kann man sich kostenlos In die Apps Äh In die Hotspots einloggen Also man muss einfach nur Ein Kabel Deutschland Anschluss haben Dann kann man diese App nutzen Und kann auch unterwegs In Festnetzqualität surfen Habe ich das nicht schön gesagt Ja Brauche ich aber auch nicht mehr Weil ich jetzt wie gesagt Eine SIM-Karte habe Die keine Datenvolumensbegrenzung mehr hat Also macht die App Auch wenig Sinn Hier ist nochmal Lieferando Das nutze ich Tatsächlich nur weil Lieferando Ein Lieferdienst gelistet hat Den andere Lieferdienste Wie Pizza.de Und Lieferheld Nicht haben Lieferando mag ich Von der App Vom Appaufbau Überhaupt nicht Aber da ist ein Lieferdienst drin Bei dem ich immer bestelle Und deswegen habe ich Diese App noch drauf Ist total geil Taxirechner Der errechnet euch Einen Taxipreis Ähm Ist immer interessant Wenn man viel mit dem Taxi fährt Kann man ungefähr schon raus Rechnen Circa Oder was man Beim Taxi Durchschnittlich zahlt Die ProSieben App Da kann man sich Serien angucken Die auf ProSieben laufen Oder inzwischen auch Den Livestream Ähm Ja Ab und zu nutze ich das Die Edeka App Das ist eine schöne Sache Da gucke ich fast jede Woche rein Ich bin nämlich so ein kleiner Sparfuchs Kaufe immer gerne bei Edeka Und gucke mir dann rein Hier zum Beispiel Aktuell haben wir hier 1 Euro Wochen Da gibt es hier dann Schönen Pfanne ISD für 1 Euro Da gucke ich halt einfach mal drüber Was es so gibt Für Angebote die Woche Und orientiere danach Meinen Wocheneinkauf Ja Eigentlich auch nicht Aber Man guckt da halt mal Und dann sagt man mal Oh ich probiere mal das und aus Weil das gerade in der Werbung ist Ihr wisst was ich meine Ist eine schöne Sache Ja Rewe genauso Da gucke ich auch mal Über die Angebote drüber Hier habe ich die Banking App Von der Commerzbank Da kann ich meine Umsätze checken Weil die ja leider nicht In der Sparkassen Plus App Unterstützt wird Was hoffentlich noch kommt Jetzt kommen eigentlich So die Apps Die ich eher weniger nutze Mein Prospekt Ja Da kann man sich auch Werbeblätter anschauen Fahrplaner Das ist nochmal eine extra App Von Metronom Von der Von der hier regionalen Eisenbahngesellschaft Facetune Damit kann man Bilder bearbeiten Smileys Damit kann ich Bestellungen losjagen Warum Smileys eine eigene App hat Und ich nicht über pizza.de bestelle Weil die ein Bonusprogramm haben Da kann man sogenannte Punkte sammeln Und dann kriegt man 5 Euro Gutschein Für Bestellungen Und so Deswegen Immer wenn ich bei Smileys bestelle Benutze ich deren hauseigene App Weil nur da kriegt man die Bonuspunkte Weil sonst Wenn ihr über pizza.de bestellt Dann muss Smileys da Prozente abdrücken Und dann kriegt ihr natürlich Keine Bonuspunkte Deswegen hat Smileys Eine eigene App Auf meinem iPhone Porno Balken Damit kann man Sachen zitieren Die kennt ihr auch schon aus anderen Sachen Und ja ansonsten Hier ist noch eine HVV App Das ist hier der Verkehrsverbund Der hier bei uns zuständig ist Da kann ich mir dann halt angucken Die Tarifpläne Ja Wie viele Ringe Oder Zonen ich ziehen muss Wenn ich irgendwo mal hinfahren will Außerhalb Hamburgs Oder im Umkreis von Hamburg Wie auch immer Nutze ich eigentlich nur Für das Ziehen von Ergänzungskarten Oder so Oder ein Erste-Klasse-Zuschlag Wenn ich den mal brauche Und genau dafür Also eigentlich nur zum Ticketkauf Nutze ich die App Genau Burger King Ist auch immer Wenn man spätnachts unterwegs ist Und nochmal was kleines Schnabulieren will Kann man hier immer Durch die Gutscheine Ganz gut durchgehen Und kann mal gucken Ob da was dabei ist Immer ganz nett Also bei Burger King Hat man ja immer Gutscheine Die App Eröffnet es einem dann Sich einen Gutschein Rauszusuchen Genau Ansonsten nicht viel Hier ist noch DHL-Paket Da könnt ihr logischerweise Eure Sendungsnummern eingeben Web Ident Das war mal für eine Kontoeröffnung Online Da musste ich diese App Runterladen Damit mich so netter So eine nette Videokonferenz führen konnte Und da habe ich dir meinen Personalausweis gezeigt Und der hat das abgehakt Und hat gesagt Vielen Dank Wir eröffnen ihr Konto Dafür war die App Mehr war da auch nicht Ja Ebay benutze ich auch kaum Da habe ich mal einen Gutschein gekriegt Über 30 Euro Hat mir Turnschuhe gekauft Hat mich riesig gefreut Aber ansonsten Ich kaufe eigentlich nichts Bei Ebay Ist immer so irgendwie im Zyklus Ja Alle zwei Jahre einmal Oder so McDonald App Da findet man dann Auch ab und zu Gutscheine Wenn McDonald dann zwischendurch Mal Gutscheine hat Dann sind die da aufgelistet Damit ich die griffbereit habe Ja Also ihr seht schon Bei mir muss es immer Schnell gehen Ich bestelle viel Ich esse viel To go Und dann freut man sich Über so eine Gutscheinübersicht Ja Im Prinzip ist es das Also viel mehr ist auf meinem iPhone Auch nicht drauf Das ist jede Menge Finde ich Und es war auch wieder Ein extrem langes Video Aber hier habt ihr wirklich Kompakt Jetzt so ziemlich alles Was auf meinem iPhone ist Äh drauf Ja Das war's mit What's on my iPhone Im Jahr 2017 Danke dass ihr dabei wart Wenn ihr mehr Haben wollt Oder Speechish Auf einem bestimmten Bereich Zum Beispiel Chris Erzähl mir doch mal Welche Spiele Du auf dem iPhone spielst Die habe ich nur jetzt gezielt Nicht gezeigt Dann schreibt das mal In die Kommentare Und dann mache ich gerne Auch zu dem Thema Ein Video Ja Das wäre sehr lang Für die die mit dabei waren Bis zum Schluss Ihr seid richtig harte Kerle Ich hoffe dass Die ein oder andere App Die ihr noch nicht habt War mit dabei Und sage an dieser Stelle Tschüss Und ciao Bis bald ihr Lieben Dankeschön Fürs Zuschauen Geos Das ist viele biblical D D Untertitelung des ZDF, 2020